Hallo mein Lieber, hallo meine Liebe, hier ist Kreuter Karim, ich grüße dich. Ich habe schon häufiger über die Brennnessel berichtet und speziell über ihre Brennnesselsamen und ich werde in dieser Zeit auch nicht müde darüber zu reden, denn ich esse sie derzeit jeden Tag und speziell die Brennnesselsamen, die geben mir richtig, richtig Kraft, also richtig Energie, aber auch richtige Power. Ich merke das nach dem Training, ich habe auch immer mehr, sage ich mal, mein Körper schreit regelrecht nach den Brennnesselsamen, weil sie eben viele wichtige Nährstoffe enthalten und natürlich zeige ich euch das auch wieder einmal, also die Brennnesselsamen. Hier haben wir die Brennnesselsamen, aber es gibt auch Exemplare, die richtig tief schon hängen, also hier zum Beispiel ist, sage ich mal, so eine Art Zwischenstufe, die sind noch nicht ganz so lang, die werden noch viel, viel, viel länger, hier zum Beispiel auch schon und die werden auch immer trockener jetzt. Dein Kräuterkarin